Diese Blockierer, was das wieder kostet. Am Ende? Viele, viele Arbeitsplätze. Die Gewerkschaften eine wahre Plage. Den müssen wir mal so richtig den Marsch blasen. Ja, richtig. Fortschrittsbremsen. Besitzstandsware. Umverteiler. Genau. Diese Sozialromantiker wollen uns ausbluten lassen. Und nicht nur uns, auch unsere Kollegen. Und die Kollegen unserer Kollegen. Und die Kollegen der Kollegen unserer Kollegen. Ja, danke. Und die Kollegen der Kollegen der Kollegen unserer... Schnauze! Wichtig! Ist doch nur die eine Frage. Was haben die Gewerkschaften je für uns getan? Mutterschutz. Bezahlter Jahresurlaub. Außer ihrem Mutterschutz und ihrem bezahlten Jahrestritt nach Mallorca. Was hat die Gewerkschaft je für uns getan? Mitbestimmung im Betrieb. Ach, dass Ihnen das gefällt, war ja wohl klar. Nein, nein. Die reden uns immer rein. Also was außer Mutterschutz, bezahlten Jahresurlaub, Mitbestimmung? Nein. Ja, eine Fünf-Tage-Woche. Ja, samstags gehört der Papi immer euch. Meier, stecken Sie die Kinder weg! Kündigungsschutz. Was? Tarifverträge. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Arbeitslosenversicherung. Arbeitsplatzsicherung. Mindestlöhne. Altersabsicherung. Rechtsschutz. Okay. Es ist ja wahnsinnig viel erreicht für die Mamis, für die Papis. Ja, für ganze Familien. Lohnfortzahlung, Branchen, Mindestlöhne, Streikrecht, Kurzarbeiteregelung. Aber bitte schön, was? Haben die Gewerkschaften für uns erreicht? Mehr Geld? Ja. Oh, das war es doch. Besser. Untertitelung des ZDF, 2020